Stellen Sie sich einen Garten vor, in dem Ihre Gemüse mühelos gedeihen und reiche Ernten einbringen, ohne dass Sie dabei Ihren Rücken belasten oder viele Schädlinge bekämpfen müssen. Mit Gabionen-Hochbeeten kann dieser Traumwirklichkeit werden. Willkommen zu unserem Leitfaden über die Vorteile und Techniken der Verwendung von Gabionen-Hochbeeten für den Gemüseanbau. Egal ob Sie ein erfahrener Gärtner oder ein Anfänger sind, diese Tipps werden Ihnen helfen das Potenzial Ihres Gartens zu maximieren. Vorteile von Hochbeeten Hochbeete bieten ergonomisches Gärtnern und reduzieren die Rückenbelastung. Durch ihre erhöhte Lage erwärmen Sie sich schneller, was einen früheren Start in die Saison und schnellere Erträge ermöglicht. Mit einer ausgezeichneten Mehrstoffversorgung führen Hochbeete zu höheren Erträgen und weniger Problemen mit Unkraut und Schädlingen. Denken Sie daran, dass wärmere Beete häufiger bewässert werden müssen, besonders im Sommer. Gabionen-Hochbeete stilvoll und praktisch Gabionen-Hochbeete, die auf Steinkaben bestehen, sind optisch ansprechend und sehr funktional. Diese Beete bestehen auf Steinen, die den Raum zwischen Drahtgittern füllen und eine natürliche und robuste Optik schaffen. Sie können die Größe individuell an Ihren Garten anpassen. Alternativ können Sie die Drahtkörbe mit Vlies- oder Kokosmatten auskleiden, sie füllen und sofort mit dem Pflanzen beginnen. Optimale Bepflanzung in Gabionenbeeten. Die meisten Gemüse gedeihen in Hochbeete, aber vermeiden Sie die Pflanzung von großen Pflanzen wie Kürbissen oder Zucchini. Je nach Größe Ihres Beetes können Sie sich für Einzelkulturen oder Mischkulturen entscheiden. Karotten und Salat sind ausgezeichnete Partner, während Tomaten und Paprika sich nicht gut vertragen. Hochbeete richtig füllen. Das richtige Gefühlen ist der Schlüssel zu einem produktiven Hochbeet. Schichtweise ist entscheidend, wobei grobere Materialien unten und feinere oben platziert werden. Beginnen Sie mit einer Basis aus Reisig, gefolgt von rohem Kompost und abschließend Humuserde. Im ersten Jahr konzentrieren Sie sich auf die Pflanzung von Starkzehrern wie Kohl, Tomaten, Gurken oder Lauch. Und da haben Sie es den ultimativen Leitfaden zur Erstellung und Pflege eines Gabionen-Hochbeetes für Ihren Gemüsegarten. Diese Beete sehen nicht nur fantastisch aus, sondern bieten auch zahlreiche Vorteile, die Ihr Gärtnererlebnis angenehmer und produktiver machen. Wenn Sie diese Tipps hilfreich fanden, vergessen Sie nicht zu liken, zu abonnieren und das Glockensymbol zu drücken für mehr Gartenlösungen. Bis zum nächsten Mal, frohes Gärtnern!